Ein Mensch. Oh, einer der wenigen NPCs. Das ist ein Neger. Wie nett du bist. Das ist eine ganze Neger-Familie hier. Wow, beziehungsweise eine ganze Familie voller Schwarze. Gibt's da oben irgendwas? Nein, aber ich finde gleich heraus, woher die ganzen Türen knarren. Ah, hier sind Pumpkins. Ich weiß doch nicht, was wir damit anfangen sollen, aber ich nehme sie mal mit. Oh, hier, da habe ich ganz viele Cookies gefunden. Cookies! Sehr gut, dann behalte die mal. Das ist wieder so ein Schrank, okay. Kann man den Dorfbewohner irgendwelche Skins geben oder so, weil die sehen echt zeitgenössisch aus. Ja, ich glaube schon. So, hier gibt's nix. Ey, nein, ich will nicht die Ranken hochklettern. Lass mich da durch. Und hier? Oh, da hat ein NPC den Schrank offen gelassen. Oh, Pilze! Oh, und ne Map. Die Map nehme ich. Du nimmst den Rest. Okay. Map 12. Also die Blumen nehme ich. Paul's Diary. Curse that Enderman. I've just arrived to get the chest with the levels when I saw him running away with it into the old mineshafts behind Ervins Haus. I must get them back or the restaurant cannot be saved. Oh, noch ein Quest. Das ist diese NPC. Was machen die? Die machen die ganzen Türen auf und zu. Ja, echt? Verstehe ich irgendwie nicht. Aber gut. Ich behalte einfach nur die Maps, wo Quests draufstehen, ja? Ich glaube, hier stand nichts Wichtiges. Okay, ja. Dann lasse ich die Karte hier. Die Blumen nimmst du nicht mit? Naja. Ich glaube, die können wir auch wirklich nicht gebrauchen. Gut. Ja. Ja, also ich habe die wichtigsten Maps dabei. Da sind die Quests drauf, die wir machen sollten. Okay. Das habe ich nämlich beim letzten Mal vergessen. Und irgendwann hatten wir so viele Quests und ich habe den kompletten Überblick verloren. Mhm. So, ich will jetzt aus diesem Haus raus. Diese NPCs nerven mich. Ja. Gut, wollen wir diesen ersten Quest direkt schon mal machen? Ja, machen wir es. Weil hinter Erwins Haus sollte er dann wohl hier irgendwo sein. Hey, Minecarts. Cool, dann können wir da reinfahren. Ich fahre schon mal. Bis gleich. Jo. Oha. 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 Oh, fuck. Oh, fuck. Oha. Oho. Okay. Das kannst du auch später abholen. Wir müssen den Weg eh wieder raus. Aua. Das ist ein Mob-Spawner. Ja, wahrscheinlich. Okay, dann wollen wir doch mal sehen, was es hier so gibt. Ja, da ist echt ein Mob-Spawner. Haben wir Fackeln? Nee, aber wir haben Kohle und wir haben Holz. Oh, sehr gut. Dann mach ein paar Fackeln, bitte. Da greift mich irgendeine... Oh. Diese Silberfische wieder. Hinter dir. Ja. Okay. Nee. Irgendwie ist das gruselig hier. Da ist ein Silberfisch gefangen in dem Spinnen-Heads. Süß. Ich glaube, das lassen wir da einfach mal drin. Ah, ist tot. Okay. Geht's hier noch weiter? Ah, hier ist der Mob-Spawner. Silberfisch. Okay. Wo bist du lang? Ah, hier. Okay, da sollten wir auch weitergehen jetzt. Ah, Spinnen. Wo? Ach so. Überall. Hier ist ein Enderman. Enderman? Echt? Ah, Silberfisch. Darf man die Spinnnitze kaputt machen? Äh, die darf man kaputt machen. Und ein kleiner Trick mit den Enderman. Wenn du sie nicht anschaust... Oh, Creeper. Wenn du sie nicht anschaust, dann greifen sie dich nicht an. Oh, das ist so... Autsch. Vorsichtig. Der hat ein paar Schienen kaputt gemacht. Alter, wie viele? Einfach ignorieren. Endermen sind im Prinzip keine Gefahr, wenn du sie nicht anschaust. Ich schau sie aber gerne an. Die sehen so lustig aus. Aha. Da sind wieder zwei Creeper und ein Zombie. Ja, Moment, ich helfe dir. Jetzt hätte ich gerne einen Pfeil. Oh, warte mal, ich glaube, ich kann mir sogar einen Bogen basteln. Hä, ich hasse nur noch Strings. Ich habe nur einen Strings. Schade. Da liegt einer. Yeah. Wie viele Strings braucht man für... Drei. Drei. Achtung, Spinne von oben. Oh. Da ist noch ein Creeper. Wo? Okay, vorsichtig. Okay, sehr nice. Sehr gut. Naja, nicht so unbedingt. Jetzt kommen wir nicht mehr hoch, ne? Ja. Ähm, ich habe Pumpkins. Und ich habe ein paar Blöcke bekommen. Couple Stones und so. Ah, okay, gut. Jetzt kommen wir da hoch. Oh. Das ist schön. Ja, ne? Ja, das Skelett, ne? So. Mein Schwert ist auch gleich kaputt. Oh, ja. Meins auch schon bald. Das ist halt nur ein Steinschwert. Das hält halt nicht. Wirklich lang. Ich komme gerade mal einen Bogen. Ja, mach das. Gute Idee. Weißt du, wie man einen Bogen baut? Ja, natürlich weißt du, wie man einen Bogen baut. Ähm. Du brauchst eine Crafting... Ja, genau. Du brauchst drei Sticks und drei Strings. Drei Sticks und drei Strings. Okay. Ja, und die platzierst du, wie so ein Bogen halt auch aussieht. Also, ähm. Ja, wie zeige ich dir das jetzt? Halt, äh, also, äh, äh, na, warte mal. Sagen wir von oben links mit unten rechts. Ja, genau. Also, ähm, die komplette linke Spalte mit Strings. Okay. Und dann oben Mitte, rechts Mitte und unten Mitte ein Stick, glaube ich. Ah, okay, ja. Ja, okay. Dann gebe ich dir auch mal eine Pfeile, die ich hab, hier. Okay. Und dann kann's weitergehen, würde ich sagen. Hier sind ein Haufen Spinnen. Ja. Autsch. Für dich bedeutet das jetzt natürlich, du müsstest im Hintergrund bleiben. Mit dem Bogen, ne? Ja. Ja. Theoretisch. Dann gebe ich dir meine Fackeln. Genau. Da liegen Fackeln. Wo? Oh, wow, warum hast du so viele? Krass, danke. Perfekt. Ich war so sparsam. Hm. Hm. Oh, Diamant. Und Leather. Oh, cool. Und Raw Porkchop können wir dann noch gucken. Hm. Okay, geil. Das würde ich sagen, war der erste Quest, oder? Denke ich auch, ja. Schön. Da ist noch ne Spinne. Da sind mehrere Spinnen. Die würde ich sagen, ignorieren wir. Nimm die Crafting Box mit. Ja. Ah, Spinnenaugen. Braucht kein Mensch. Die kann man essen. Echt? Ja. Alter. Das war natürlich böse. Ich bin tot. Ja, teleportier dich zu mir. Also das geht. Ja, muss gehen natürlich. Also du machst, äh, Slash, TP. Okay. Äh, also Slash, TP, dann, äh, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaub, erst deinen Namen, dann Leerzeichen und dann meinen Namen. Boah, da muss ich nachschauen, wie ich heiße. Der Nachbar, 9, 0. Okay. Also, also Slash, TP, Leerzeichen, dein Name, Leerzeichen, mein Name. Was hast du denn so für einen komischen Namen? 6, 6. 1, 9, 9, 4, mein Geburtstatum. Und was ist 6, 6? Ah, 6, der 6 da. Hey, du hast bald Geburtstag. Sehr gut bemerkt. Hast du alles? Da liegt noch was rechts. Nein. Ich. Dankeschön. Wir sollten hier raus. Da oben ist irgendwo ein Spinnenspawner. Da liegen noch Sachen. Da liegt dein Bogen noch. Da, ja, ja. Rückwärts, rückwärts. Rückwärts in der Ecke da. In der Ecke. Genau da. Mein Inventar ist voll. Mein Inventar ist voll. Warte mal. Was hast du denn da alles? Dann gib mir was. Ich hab keine Ahnung. Äh, erstmal auf jeden Fall meine Rüstung. Ey, die Rüstung solltest du anziehen. Genau. Ja, hab ich. Okay. Okay, hast du alles? Ja. Oh, fuck it. Du hast mir aber auch kein Schwert. Ja, ich hab jetzt kein Schwert mehr. Okay, wir müssen hier so schnell wie möglich raus. Ich brauche, ich muss mir ein Schwert bauen. Hilf mir, hilf mir. Okay, schnell weg. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf. Du musst durch das Schwindens. Oh. Und nicht die Enderman anschauen. Nein. Bist du raus? Ja. Okay, hast du dein Bett? Dann können wir... Ja. Okay, dann lass schlafen. Oh, fuck. Hier ist ein Zombie. Oh, das ist ein... Warte, ich geb dir mal mein, äh, mein noch halbwegs intaktes Schwert. Ja, bitte. Oh, das ist... Ja, danke, das reicht. Biss ich mir jetzt aus Eisen. Haben wir Eisen? Äh, ich hab einen Eisenblock. Du hast einen ganzen Eisenblock? Äh, nee, ich hab einen Eisenwaren. Einen? Ja. Das reicht, wir brauchen zwei. Hm. Ich überleg grad, weil wir... Ich brauch ein Schwert. Ich hab nämlich auch nur einen Diamanten. Da kann ich mir auch keinen... Ich hab einen Koppelstone, da kannst du einen Steinschwert haben. Ja, okay, das ist schon mal ein guter Anfang. Dann, äh... Dann lass mal schlafen hier oben. Hm. Aber wir sind wieder in diesem Haus, wo die ganze Tür klirren. Ja, ich weiß. Hier ist ein Bett. Hast du eins? Ja. Ah, okay, dann ist das wurscht. Ähm. Okay. Bis morgen. Okay, sehr gut. So. Oh, ich hab schon wieder so viel Schrott im Inventar. Das ist unglaublich. Ja, das mach ich auch mal alles. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Also, was brauchen wir denn alles? Nicht-String. Das da. Äh. Ja, die Maps... Die Maps... Also, warte. Ich check mal gerade, ob wir den einen Quest wirklich komplett haben. Sieht man das, von wem komplett haben? Sieht man nicht. Es sind ja auch mehr so inoffizielle Quests. Man kann ja in Minecraft noch keine Quests einbauen. Ja. Aber... Also, ich mein, lest du's dir nochmal durch? Aber meiner Meinung nach haben wir alles gemacht. Was heißt Curse? Fluch. Fluch? Ja. Ah, okay. Okay. Ja, hast recht. Ja, ist alles kaputt. Okay, dann mach's in die Tour. Und dann würde ich sagen, stell deine Crafting-Box hin und dann baue mir ein Schwert. Ich soll dir auch noch was hinbauen. Okay. Ich hoffe, du hast auch Sticks noch. Ja, das verständlich. Sehr gut. Also, wenn du kannst, bauen wir gleich zwei, weil es ist die Frage, ob wir so schnell an Eisen rankommen noch. Das ist ja richtig. Ich baue dir drei. Oh, ja. Eins, zwei, ich mag es nicht. Okay, ich danke dir. Sehr geil. Das sollte helfen. Dann baue sie wieder ab und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Ja. Ja, machen wir weiter. Gott, diese Dorfbewohner. Äh, wo bist du da? Du bist noch an der Etage zu hoch. Ja. Mal ehrlich, den ganzen Tag lang Türen öffnen. Was? Ja. Um dir nichts Besseres zu tun. Ich verstehe es auch nicht. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal dieses Haus hier an. Do not enter. Overtaken by Creeper Gang. Oh, oh. Creeper Gang. Gefällt mir nichts. Gut, wir fangen mal hier rechts an. Da sind Tische. Schick. Oh, das sind so Barhocker. Mhm. Da ist eine Truhe. Oh yeah. Nehm ich. Und Milch.